Die Jungs aus Jürgen. Der Kampf um Wolltzimmer große Würzengalz hat begonnen. Alexander Johl. Der mit Ballbereit. Sind die dicht zusammen? Auch wenn die Jungs wieder zu Hause noch dabei. Aber ist das endlich? Ich glaube, ich bin mir aber nicht sicher. Deswegen sage ich es auch nicht, wen ich vorher gesehen habe. Und warte lieber auf das, was wir gleich von der Auswertung bekommen. Nämlich hoffentlich ein Foto, das ich verrät, der da vorne war.